. 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 Szene 1, 8, A, Take 4. Die erste Take 1 eigentlich. Take 1. Szene 1, 8, B, Take 3, äh, Take 4. Wo war das? Ja, aber das musste ich im Bild sehen. Nochmal dahin. Nochmal ansagen. Szene 1, 8, B, Take 4. Szene 1, 6, Take 2. Szene 4, 2, Take 3. Und Action. Cut. Das klappt nicht. Ist egal. Szene 4, 3, Take 2. Und, bitte. Cuts. Das war perfekt, das war das Beste. Aber Kamera läuft immer noch. Untertitelung des ZDF, 2020